Herzlich willkommen auf Casinoverdiener.com. In diesem Video erfährst du, wie du Extra-Tenliner bei Sunmaker kostenlos oder mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casinoverdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casinoverdiener findest du unter dem Video. Klicke unten auf der Seite auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Sunmaker. Du verlässt Casinoverdiener und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Klicke auf der Webseite von Sunmaker auf Spielautomaten, um Extra-Tenliner kostenlos zu spielen. Suche Extra-Tenliner in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt dann und du spielst mit Spielgeld. Möchtest du dein Glück mit echtem Geld und echten Gewinnen an den Merkur-Automaten versuchen, musst du dich zuerst registrieren und kannst dann bequem Geld einzahlen. Klicke dazu auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren ganz oben auf der Seite. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Achte darauf, dass deine echte Adresse angegeben ist. Spätere Gewinne kannst du nämlich nur ausgezahlt bekommen, wenn du deine Identität einwandfrei nachweisen kannst. Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Wähle eine Sicherheitsfrage, falls du irgendwann dein Passwort vergessen solltest. Jetzt gibst du noch den Bestätigungscode ein und bestätigst, dass du über 18 bist. Klicke dann auf Absenden. Hier kannst du deine Daten noch einmal prüfen. Jetzt musst du die Mail von Sunmaker abrufen. Öffne dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Aktivierungslink, den dir Sunmaker zugeschickt hat. Damit kannst du dein Spielerkonto freischalten. So sieht die Seite von Sunmaker aus, nachdem du den Link geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinen Nutzernamen oben rechts einloggen und Geld einzahlen. Klicke auf Weiter und dann auf Jetzt einzahlen. Trage den gewünschten Betrag ein und klicke dann auf Jetzt Bonus auf diese Einzahlung aktivieren. Du bekommst damit einen Bonus von 100% bis zu 300€. Zahlst du also 10€ ein, kannst du mit dem Bonus mit 20€ spielen. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du ihn 25 mal innerhalb von 60 Tagen umsetzen. Das Geld überweisen kannst du z.B. mit Skrill von Moneybookers. Klicke auf das Logo von Skrill und dann auf Einzahlen. Wähle eine Zahlungsmethode, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der rechten Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du noch die Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit dem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10€ ein Guthaben von 20€. Klicke dich jetzt zurück in den Casino-Bereich. Jetzt kannst du Extra Tenliner mit Echtgeld spielen. Extra Tenliner mit Echtgeld. Alles lädt direkt in deinem Browser. Unten rechts kannst du deinen Einsatz verändern. Klicke auf Start, damit sich die Walzen drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Extra Tenliner bei SunMaker.